So, Gewürzgurken haben wir hier oben. 1,89 Euro. Ja, siehst du ja schön. Schlimmer Töpfchen. Riesengurkentopf. Ja komm, für Rouladen, ey. Wie gewachsen, auch nicht schlecht. Ja, Gurkentopf. Wie gewachsen. Wie sauer, ja. Kann man ruhig mal Gurken haben, wa. 79 Cent. Ja, kann man zwei. Ja, man macht zwei, mit zwei sind immer gut.